Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euren Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, das wir uns hier in der Bastion erspielen können. Und zwar befinde ich mich in der Bastion auf den Koordinaten 52, 46. Und hier ist die Rüstmeisterin. Und zwar Adjutantin Nikos heißt die. Das ist die Rüstmeisterin der Aufgestiegenen. Und dementsprechend können wir uns bei ihr ein Mount besorgen, wenn wir denn auf der ehrfürchtigen Rufstufe sind. Das habe ich vorhin erledigt, auf ehrfürchtig hochgebastelt. Und jetzt können wir uns einmal hier den vergoldenen Streuner holen. Für 24.000 Gold, das machen wir mal an der Stelle. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Unter anderem einen 200er Item Level Kopf, das wir uns kaufen können. Dann gibt es eine Waffenillusion. Einen Wappenrock, den habe ich mir auch schon geholt. Verschiedenste Rezepte für alle möglichen Berufe. Wir haben dann noch zwei weitere Gear Items. Und ein Pet und ein Toy. Und das Toy werden wir uns aber dann in den Toy Guides angucken. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber als allererstes das Mount an. Und zwar den vergoldeten Streuner. Der kostet wie gesagt 24.000 Gold. Also so in der mittleren Gold-Ebene. Die anderen Mounts von den anderen Verhoffraktionen kosten übrigens das gleiche. Heißt, wenn ihr alle vier haben wollt, dann seid ihr bei 96.000 Gold. Also ein bisschen was braucht ihr ja tatsächlich schon. Also dann gucken wir uns den Streuner mal an. Hier haben wir ihn. Von dem Model gibt es noch ein paar mehr. Wenn man denn hier bei der Fraktion ist oder bei dem Covenant hier in der Bastion. Aber hier der Streuner sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Das Mount Special gucken wir uns jetzt auch mal an. Okay, also Standard Mount Special. Das was auch die Drachen-Mounts haben. Nach vorne und ein bisschen eine Gebrülle. Ich denke mal, dass es auch fliegen kann. Es hat ja auch dementsprechend Flügel. Hier kann man natürlich noch nicht fliegen in den Schattenlanden. Dementsprechend können wir das jetzt nicht ausprobieren. Ja, schickes Mount. Wie kommen wir auf den ehrfürchtigen Ruf? So wie bei den anderen Fraktionen auch schon. Am besten macht ihr täglich die Quest, die euch in eins der Gebiete schickt. Und zwar, wenn ihr von eurem Covenant in die Bastion geschickt werdet, müsst ihr da manchmal Worldquests absolvieren oder bestimmte Mobs töten oder irgendwelche Elite-Dutes umklopfen. Und dafür gibt es dann zwischen 1500 und 2000 Ruf. Und wenn ihr bei der Bastion, bei dem Covenant, also bei den aufgestiegenen seid, gibt es da nochmal ein bisschen extra Ruf. Zusätzlich könnt ihr natürlich die ganzen Worldquests abschließen und die Sidequests in der jeweiligen Zone, also hier in dem Fall in Bastion, bringen auch Ruf. Man kann das Ganze so in drei, vier Wochen relativ gut hochballern, wenn man soweit alles mitnimmt. Oder man lässt sich ein bisschen mehr Zeit, macht nur immer diese tägliche Quest und hat dann ein bisschen weniger Aufwand. Und dementsprechend dauert es aber ein Stückchen länger. Gut, das war eigentlich soweit der Mountguide. Wie gesagt, das Toy schauen wir uns dann in den Toyguides noch an. Und ja, damit verabschiede ich mich wieder. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann gerne im nächsten Mountvideo wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.